Also ich bin Chris Hake, komme aus dem Steffen und bin gerade auch in Bremen aus der Passion Sports Convention und wollte einfach mal mein Setup vorstellen. Das wäre ein 8-inch Impedalboard aus der vorigen Saison. Dann Blackmagic Grip Tape, meine Schrauben sind von Independent. So wie auch gefolgt die Achsen, die 140er. Und dazu habe ich 60 Rolls von Bones. Und habe auch 51 Rollen von Bones. Das ist mein Setup. Das war ein Promen. Bis zum nächsten Mal.